Also da habe ich das Buch von Goethe. Und da ist die erste Seite. Johann Wolfgang von Goethe mit Faust. Das intelligenteste Buch. Und ich habe die erste Seite gelesen. Und er hat geschrieben, dass er alles gestudiert hat. Medizin, Recht, Theologie. Und dass er jetzt einfach einen grösseren Wortschatz hat, aber nicht schlauer ist als vorher. Und er verarsche jetzt einfach seine Studenten irgendwie. Und darum möchte ich das Buch einfach wieder weiter verschenken an irgendjemandem, der Interesse hat. Und es ist also ziemlich kompliziert. Und es erinnert zwischendurch ein bisschen an Kuderwalsch. Okay, das Buch hier ist zum Verschenken. Der, den wir zuerst anrufen, auf die Nummer 075 412 28 46, kann das Buch gratis haben. Und er schreibt, wie Goethe selbst schreibt. Er verarsche seine Studenten. Darum verschenke ich das jetzt einfach. Verschenken kann. Verschenken. Und zuerst.